Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zum Medieval Dynasty. So, wir sind ja am zweiten Frühstückstag in Jahr 2. Ich muss nur mal kurz was gucken. Ich weiß gar nicht, es ist ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und waschen sollte ich mir vor allen Dingen. Ich will nur mal kurz gucken, was ich zuletzt mache. Wir haben ja immer noch die Quersen Sprich mit Zambora. Da will ich mich definitiv gleich drum kümmern, weil wir sonst nie mit der Quersen weiterkommen. Ich will nur kurz gucken, habe ich schon ein Feld stehen? Ja, ach ja, ich brauche die Sense. Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Genau, die Sense und zweites Feld hat ich glaube ich noch gar nicht stehen. Das muss natürlich runter, weil die Zwiebel wieder rauf muss. Okay, ich habe inzwischen auch rausgefunden, dass man mit F5 Schnellschweichern machen kann. Sollte ich vielleicht demnächst auch mal sehen. So, unsere Mitarbeiterin hatten wir, oder? Jo, die ist wieder auf 50 Prozent, das ist schön. Ah, die hat 6 in Jahren. Ja gut, die ist ja auch dabei. Essen hat sie. Ich gehe noch mal kurz gucken, ob genug Brennholz da ist. Ich glaube, das war Lebensmittellager. Jojo. Fleisch. Ich glaube, diese hier werde ich mal verkaufen, weil die gammeln ja weg demnächst. Zack. Müssen sowieso irgendwie an Geld kommen. Ah, die Fleischensauce ist noch gut. Die eine Zwiebel. Warum schleppe ich eine Zwiebel mit mir rum? Zwiebelsamen. Okay, das wollte ich glaube ich alles anpflanzen. Äh, dann gucke ich einmal kurz das Ressourcenlager. Wegen Brennholz. Ah, Brennholz hat sie noch ein bisschen. Gut, schön. Leder könnte ich auch mal ein bisschen was verkaufen. Gibt alles Geld? Äh, jetzt nicht alles. Ich lasse mal sieben Stück drin, falls ich mit einem Beutel oder sowas machen muss. So. Und dann machen wir uns gleich auf den Weg nach Sambora. Ich will bloß schnell die Zwiebel da rausnehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir mal weiter... Ich möchte zumindest noch einen zweiten für die Jagdhütter haben. Fürs Sammeln. Äh, das ist auch noch mega. Alter. Kann ich gleich mit verkaufen. So. Pelz lasse ich mal. Davon habe ich jetzt nicht so viel. Das Fleisch wollte ich verkaufen. Die Zwiebel soll hier wieder rein. Das Dünger packe ich hier auch erstmal rein. Kann ich hier wieder rausholen, wenn ich es brauche. Das rote Holz kommt gleich hinter das Haus. Die Zwiebelsamen packe ich auch erstmal rein. So, warte mal. Ich habe 13 Zwiebelsamen. Wie viel Dünger hatte ich dann auch? 13? 14 Zwiebelsamen. Gut. Ich bräuchte also noch einen Dünger. Aber wichtig ist jetzt erstmal die Sense. Da führt kein Weg dran vorbei. Gut. Ach, das ist unsere Jägerin hier, ne? Dann mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg nach Uni. Verkauf ihm den Kram. Guck nochmal, ob wir da irgendwie den Mitarbeiter klar machen können. Flirten müssen wir eigentlich auch so langsam anfangen. Weil wir werden ja nicht jünger im Spiel, sondern eher älter. Bevor ich aber nach Sabo hochgehe, mache ich noch einmal ein Speichern. Man weiß ja nie, diese Wölfe da. So. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Dorf angekommen bin. So. Hier ist das schöne Dorf. Dann gucken wir mal. Verkaufen tun wir natürlich gleich bei Uni. Dann kriegen wir vielleicht die Sense. Jetzt will ich noch mal kurz was gucken. Ah, da geht schon los. Inzwischen weiß ich auch breitwegerig Heigelt ein. Das wusste ich damals dann nicht. Ich möchte mal ein paar mitnehmen. Der ist gut im Fischfang. Ich glaube Sammeln ist das, ne? Mehr als die beiden sind hier aktuell auch nicht. Der ist eigentlich weniger zu gebrauchen. Aber hier, er ist zumindest gut im Sammeln, wenn ich es richtig gesehen habe. Meining und Sammeln und Fischfang. Na gut, dann gucken wir mal mit dem. Die Zustimmung ist sogar schon ab 60. Sehr schön. Hast du einen Moment Zeit, guter Freund? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe es geht dir gut. Minus 5. Naja, das geht ja schon wieder gut los. Ah, gut. Auf Wiedersehen. Bleib mal bitte im Dorf. Ich würde mich mit dir warten. Wer bist du denn? Bulleboa. So, wo ist denn der gute Uni? Der muss da vorne irgendwo sein. Unigos, Unigos Steuern hatten wir ja bezahlt, soweit ich weiß. Hoffe ich zumindest. Hallo Uni. So, zeig mir mal deine Ware, mein Freund. Äh, ich glaube er war auch derjenige, der die Sense verkauft. 600, Alter. Ah, die brauche ich. 600. So, dann verkaufe ich dir erstmal das halbleckige gammelte Fleisch. Dieb. Fleisch mit Soße wollte ich selber noch behalten. Das ist ein Lederkanzler haben. Zack. Ach, von mir ist auch das eine Rundhölzer. Ach, wollte ich eigentlich hinters Haus legen, hatte ich vergessen. Ah, das Geld reicht aber bei Weitem nicht. Da muss ich noch mehr sammeln. Steinmesser bringen bei ihm gut Geld, sehe ich gerade. Da müssen wir mal ein paar Steine sammeln. Dann könnte man die nochmal gut verkaufen. Das Geld reicht bei Weitem noch nicht. Äh, dann nehme ich schon mal einen Dünger mit. Das war hier vorne der Stallbursch. Hallo mein Freund, du bist hier, ne? Äh, ja. Aber du bist nicht im Stall. Doch, da bist du. Zeig mir deine Ware. Ich will einen einzigen Dünger. Dünger. Vergammeltes Fleisch erkauft er. Ihhh. Ah, aber Dünger ist billiger geworden bei ihm. Okay. Ich frag mich ja warum das in meinem Let's Play Spielstand immer noch auf Deutsch übersetzt ist Dünger. Und in meinem Stream Spielstand heißt das Fertilizer. Aber gut. Das wird wohl. Ich hab glaube ich das Gefühl, dass durch die ganzen Updates hier bisschen was zerschossen wurde. Aber solange es mal spielbar ist, ist alles in bester Ordnung. So, Samen und so brauche ich im Moment nicht kaufen. Dann mach ich mich jetzt auf den Weg da hoch nach Samboa. Ich werde hier rüber gehen, weil mir gesagt wurde, dass hier vorne hier in der Nähe so einen Wagen liegen soll, wo man einen Trinkschlauch finden kann. Dann möchte ich gerne mal gucken. Und hier auf F5 kann man jetzt schnell speichern. Keine Ahnung, ob das von Anfang an schon ging. Ist mir nie aufgefallen. Aber auf jeden Fall wäre das vielleicht mal ganz gut, wenn ein Wolf in der Nähe ist oder so. Dann muss man nicht nochmal den ganzen Tag auf einmal machen. So, hier müsste doch der Weg irgendwo rüber führen, ne? Da vorne. Ja, ich sehe die Brücke auch schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss spätestens am dritten Sommertag den Rocken runter haben und die Zwiebeln drauf haben. Das dürfte aber schwierig werden, das Geld zusammen zu kriegen für die Sense. Aber irgendwie muss es klappen. Und Abend in den Boden. Irgendwie bekomme ich schon Wind. Und wenn ich noch Essen verkaufe, ich glaube ich habe auch noch jede Menge Zwiebeln. Ich kann mir auch noch jede Menge Fleisch mit Soße machen. Und ich will jetzt nur mit Steinmesser mal probieren. Steine zeig ich da aber so aber nicht an. Hier das ist, glaube ich, dieser Breitwehgerät. Ah, komm. Ja. Der heilt einen, glaube ich, ne? Letzte Zeit, seit ich's gespielt hab, sieht man's ja auch mal. Ach komm, ich will nicht den Pilz. Ich wollte Breitwegericht. Danke. Hier ist ein Stein. Die zeigt er mir aber nicht an. Und das ist echtes Johanneskauf. Gut, da ist noch ein Breitwegericht. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Breitwegericht sammeln. Soll ich mal in den rankommen? So, ich glaube das reicht erstmal zum Heilen. Nur für den Notfall. Ihr habt ja geschrieben, man sollte immer ein bisschen was dabei haben. Und dann möchte ich jetzt gerne diesen Wink hier gerade vor mir hoch. Und da soll der Wagen sein mit dem Trinkschlauch. Zwischendurch halte ich mal ein bisschen die Augen auf nach Stein. Aber ich sollte jetzt auch nicht zu viele Steine mitnehmen. Da, was sonst zu schwer wird. Nur für ein paar Steinmesser. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, dann müsste ich doch da vorne vorbeikommen. Oder? So, dann werde ich mich halt um den, der da sitzt, jetzt täglich einmal kümmern. Flirten müsste ich eigentlich auch mal anfangen. Damit ich irgendwann mal an einen Erben komme. Sonst wird das alles ein bisschen schnapp. Also mein Plan ist eigentlich, die Jägerin haben wir ja schon. Die schlägt schön Fleisch an. Ich hab gerne noch zwei in der Jägerhütte. Das geht ja. Die sammeln ja sowas wie Pilze, Blätter. Ne, Blätter nicht. Aber ich kann Federn noch und solche Sachen. So, hier müsste das irgendwo sein. Hier liegt jetzt jede Menge Stocker. Hier soll irgendwo der Zaun kaputt sein. Ja, hier. Hier soll der Wagen sein. Was war das? Mal kurz Auto speichern. Ich hab Angst, hier kommt schon wieder so ein Wolf an die Ecke. Ja, hier ist der Wagen. Und da... Tatsächlich. Da ist er. Trinkschlauch. Sehr schön. Riecht hier noch mehr um? Aktuell... So ein Stein? Okay. Sehe ich hier nix weiter. Jetzt zeigt mir aber auch nix weiter an. Naja, breitwegerig, ja. Aber ansonsten... Sehe ich hier jetzt nix auf die Schnelle? Mal. Ah, ich mein, es wird auch gesagt, dass man hier auch Pfeile und sowas finden kann und einen Geldbrücke, aber... Ich sehe jetzt hier gerade nix auf die Schnelle. Vielleicht wurde es aber auch entfernt. Wurde ja so viel mit den Updates geändert. Aber das Wichtigste hätte ich. Den Trinkschlauch. Den kann ich doch eigentlich auch gleich da unten auffüllen, ne? So, dann mal kurz. Trinkschlauch. Den lege ich mal auf die A. So, wenn ich ihn jetzt auswähle, müsste doch... Will ich ihn so auffüllen? Ja. Sehr schön. Gut, da geht's jetzt erstmal weiter nach Zambora. Das ist ja gar nicht mehr so weit. Haben wir zumindest ein bisschen was zu trinken für unterwegs dabei? Brauchen wir nicht immer zum Wasser laufen? Hier noch ein Stein. So, aber ich sollte auch nicht zu viele mitnehmen, sonst werde ich nicht zu schwer. Ich bin schon wieder mitten an der Pampa, ne? Ich müsste in diese Richtung. Hab halt so ein bisschen Angst vor Wülfen. Deswegen zwischendurch das Schnellspeichern. Wir rennen hier ja leider en masse rum. So, der Weg müsste doch nach Zambor führen, oder nicht? D-dip-dip-dip-dip-dip. Das ist ja gut und schön, Dorf aufzubauen, mit Mitarbeitern zu kramen. Das machen wir definitiv auch weiter, aber ich muss ja halt auch die Quest weiterkriegen. Sonst wird das nie was. Da ist Zambor. Lauf mir nicht weg, mein Freund. Lauf mir nicht weg. Ey, hier geblieb. Ich bin Rakimi, Lordans Neffe. Ich hörte, sie haben Bedenken bezüglich der Wölfe. Alter, alle 40. Was für ein alter Sack? Lordan, ein großer Mann. Und es ist eine Schande, dass wir ihn verloren haben. Wenn du nur halb der Mann bist, der er war, dann bist du wirklich meine Zeit wert. Also worum geht's? Also wegen der Wölfe? Es gibt zwei Rudel, die zu schnell groß geworden sind. Das eine hat die Ebenen zwischen Ronnika und Gostovia durchquert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in Unigors verfaultes Fleisch weißen werden. Das andere versammelt sich um den See im Süden. Ich wette, dass sie bald nach Diennika kommen werden. Sollen wir sie töten? Ein Rudel töten? Dazu bräuchtest du eine große Jagdgesellschaft. Und selbst dann würden wir viele gute Männer verlieren. Nein, aber die Dorfbewohner sollten alarmiert und vorbereitet sein. Sicher, ich werde dafür sorgen, dass sie vorbereitet sind. Gut, jetzt muss ich mit Unigors reden. Was war zu erwarten? Ich habe gehört, hier kann man klauen. Dann lasse ich wachsen. Ah, hier die Axt kann man mitnehmen. So, hier das Messer nehme ich mit. Das Leder nehme ich mit. Also ja, das Korb kann es behalten. Die Bretter nehme ich jetzt nicht mit. Die würden mich einmal erst vor, äh, würde stehlen. Das würde mir wahrscheinlich überlasten. Gut, dann müsste ich jetzt nach Unigors zurück. Das ist natürlich eine ganze Ecke weiter runter. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg dahin. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder bei Unigors sind. Sollte unterwegs uns auch ein Wolf oder sowas attackieren, hole ich euch natürlich dazu. Also, bis gleich. So, da sind wir. Da vorne ist das Dorf. Dann reden wir jetzt nochmal mit dem guten Unig. Dann werden wir mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, welche Frau ich überhaupt angeflüttelt hatte. Oder ich glaube, das hat auch noch mit so ziemlich keiner Frau geklappt. Unigors steht hier schon. Oder sitzt, besser gesagt. So, mein Freund. Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift. Aber er kennt das Wildtier in der Gegend. Und er glaubt, dass sowohl Gustovia als auch Dinnikia bald mit Wollsangriffen zu kämpfen haben. Ich hatte befürchtet, dass es so etwas sein würde. Nun, hier ist eine erste Belohnung mit freundlicher Genehmigung der letzten Steuereintreibung, der Sambor tatsächlich nachgekommen ist. Dich auch, mein Freund. Dich auch. Was wirst du tun? Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gustovia kümmern. Aber hey, sorge dafür, dass auch Dinnikia vorbereitet ist. Gehe dorthin und überzeuge Dagobert davon, Palisaden zu bauen. Sie werden zu allem bereit sein. Ich gebe dir mein Wort. Juh, Dagobert. Das war hier das Dorf, ne? Ja. Okay. Kriegen wir alles hin. Aber jetzt will ich erstmal gucken, welcher im Gebiet der... Weil ich drunter halt so viel kann ich haben. War das die Filiberta? Glaube ich nicht, ne? Mal kurz gucken. Hallo Filiberta. Die Filiberta? Ah, kommt aber hin vom... Oh, Zustimmung gerade war viel fit. Sei im Moment Zeit, schöne Frau. Äh, wie sind Sie in letzter Zeit ergangen? Plus Null. Ah, ja. Hast du noch mehr Zeit? Du kürzlich in die Jagd eingestiegen hast. Hast du irgendwelche Dips? Zustimmung plus Fünf. Okay, schon mal etwas. Du musst noch eine Menge lernen. Vielleicht kann ich dir eines Tages unterrichten. Okay, hast du denn noch mehr Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Ah, ich nehme noch mal was mit der Jagd, weil es funktioniert hat. Plus Fünf. Sehr schön. Du musst noch eine Menge lernen. Ja, das kennen wir schon. Zustimmung ist schon mal 54. Und im Moment Zeit? Äh, schönes Wetter haben wir heute. Findest du nicht? Plus Fünf. Sehr schön. Ich denke, es ist in Ordnung, etwas zu wahren für meinen Geschmack. Ist aber noch mehr Zeit. Ist da irgendwelches Gerede gehört? Ich habe fast unterbrochen gearbeitet. Naja. Ich nehme mal das mit Gerede. Na, Minus Fünf. Okay. Zumindest habe ich sie schon ein bisschen höher gekriegt. Ich bin verheiratet. Na gut, das geht mit ihr sowieso nicht. Wir sind so ziemlich fast alle verheiratet hier im Dorf. Ah, die Visbora. Halt mal das Ding, Visbora. Ah, Visbora, du bist leider Zeit zum Heiraten. Tut mir leid. Das ist die Adelina, ne? Äh, ja. Hier, die kann ich ja wohl nicht heiraten. Und wer bist du? Ah, Rosalinda geht, glaube ich, auch nicht. Ne. Aber ich muss warten, bis hier eine Frau auftaucht oder ein anderes Dorf geht. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Dorf das war. Kriegen wir aber alles noch hin. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einmal kurz nach Hause zurück. Oder besser gesagt, ich will mal kurz was gucken. Wie viele Steine haben wir schon eingesammelt? Hm, naja. Och, zwei Steine fertig, zwei Messer könnte ich herstellen. Was fehlt denn? Stockerfilter. Gut, Stocker sind jetzt nicht das Problem. Aber ich habe eh nicht genug Steine. Ich muss mal gucken, ob ich zu Hause mal Steine habe. Aber ich kann ja nur auch nicht alle Steine verbrauchen. Muss man ja selber auch noch Werkzeug herstellen. Ah. Aber irgendwie muss ich Geld machen. Ich meine, mit zwei Messern komme ich da jetzt auch nicht weit. Zeige ich mir so aber auch keine Steine an, ne? Mäh. Ähm, bevor ich jetzt wegrenne, würde ich mich gerne die Messer noch verkaufen. Ja, zwei Messer könnte ich mir machen. Dürfte jetzt auch nicht allzu viel bringen, aber zumindest schon mal etwas. Ich brauche die verdammte Sense. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Stein braten. Das ist halt aus dem Grund. Gut, noch einmal kurz zurück. Äh, Stein braten. Fleisch braten. Fleisch schleppt die gute Bonze ja immer wieder an. Irgendwie muss ich das Geld für die Sense zusammenkriegen. Hier, Adelina. Ich verkaufe noch kurz bei dir. So, jetzt zeige ich mir deine Ware. Äh, Steinmesse. Hätte ich vier Stück. Ach ja, eins hatte ich ja geklaut. Drei kann ich verkaufen. Ah, 154. Das reicht noch bei White Time nicht. Ähm, Felsstiefel? Kommen auf einmal meine Felsstiefel her. Willst du mich vereinbaren? Sind jetzt meine Winterklamotten wieder da? Kappe, Pelzkappe. Meine Winterklamotten sind wieder da. What? Okay, die will ich jetzt aber nicht verkaufen. Die packe ich erst mal zu Hause in die Giste. Im Winter sind sie weg. Im Sommer sind sie wieder da. Ja gut, ich mache mich erst mal auf dem Weg nach Hause. Wir sehen uns ja gleich wieder, wenn wir da sind. Dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwie Fleisch braten kann. Weil ich glaube, Zwiebeln oder Kohle, irgendwie sowas habe ich noch. Ich muss irgendwie an die Kohle kommen. Führt leider keinen Weg dran vorbei. Also, bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Wir sind fast zu Hause. Da vorne ist das. Ich habe eben unterwegs noch ein paar Steine gefunden, um ein paar Messer herzustellen. Wir haben bloß nicht genug Stöcker. Jetzt bin ich ja kurz dabei, die Stöcker aufzusammeln. Aber das geht ja schnell. Dann haben wir zumindest noch was verkaufen können. Aber wir werden erst mal gleich schlafen gehen. Das wird nämlich dunkel. Und dann erst mal Richtung den Nykia mit Dagobert reden. Und da können wir ja, glaube ich, auch verkaufen. Vielleicht finden wir da noch jemanden, den wir uns anstellen können. Oder zumindest flirten können. Irgendwie sowas in die Richtung. Muss ja leider auch alles gemacht werden. So. Dann gucke ich mal kurz. Und zwar kann ich jetzt noch ein paar Messerchen herstellen. Vier Stück, um genau zu sein. Vier hatte ich eben auch schon hergestellt. Dann haben wir jetzt wieder acht Messer zum Verkaufen. Dürfte zumindest. Das dürfte halt nicht reichen für die 600. Das ist echt eine Summe, wie ich da raufkommen soll. Weiß ich nicht. Aber ich brauche es. Das gammelt uns sonst weg. So. Dort da vorne sind mich unsere Hütten. Das möchte ich halt auch gerne noch gucken, ob ich Fleisch machen kann. Ich glaube sogar, das wäre im Moment wichtiger, an die Sense zu kommen, als die Quest weiterzumachen. Weil uns ja gar mit sonst was hält. So. Aber jetzt lege ich mir erst mal schlafen. Weil das wird mir so langsam zu dunkel. Obwohl, wann immer? Wir haben noch Fakten, ne? Wir haben noch Fakten. Ich gehe mal kurz in den Lebensmittellager gucken. Fleisch hat sich wieder jede Menge angeschleppt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zwiebeln ich habe. Ich nehme davon einfach mal so 40 Stück mit. So. Die Zwiebeln habe ich, glaube ich, zu Hause. Ja, der Kuhl war hier. Ne? Ich mache kurz das Feuerchen an. Dann die wieder weg. So. Wie viele Zwiebeln haben wir denn? Eine. Wow. Okay. Das hat sich wohl erledigt. Zwiebeln wollte ich ja neu anpflanzen. Aber aktuell habe ich keine mehr. Gut. Was ist denn das vielleicht so wert? Ah, drei. Gut. Besser als nichts, ne? Ich habe auch noch einen Pilz. Der eine Dünger kann hier erstmal rein. Vorher ich keine Sense habe, bringt das auch nichts. Einen Stein hätte ich noch. Gut, den könnte ich hier reinpacken. Zumindest hätte ich jetzt acht Steinmesser zum Verkaufen. Hier, ich packe die Pelzkapuze immer wieder rein. Ich weiß nicht, wo das plötzlich wieder herkommt. Erst ist es weg, dann ist es wieder da. Die Felsstiefel kommen auch erstmal rein. So. Aber bitte nicht wieder verschwinden, ja? Gut, dann lege ich mich erstmal schlafen. Und dann sehen wir weiter. Verkaufen kann ich das Ganze, glaube ich, auch bei Darko Band, oder? So. Dann müsste ich nochmal kurz nachgucken. Kann ich hier nachgucken, ob sie noch alles hat? Ähm. Werkstatt, Jagdhütte. Ja, da arbeitet sie. Weiß ich. Das sind die Felder. Habe ich zwei Felder? Feld 1, Feld 2, Feld 3. Ich habe drei Felder? Okay. Dann müsste ich gleich mal gucken. Ich war der Meinung, ich hatte ein Feld. Ich wollte jetzt aber nur kurz gucken, ob sie alles hat. Zustand 91%. Das ist die Jagdhütte. Aber ansonsten. Beruf Jäger. Stimmung 50%. Sie müsste eigentlich noch alles haben. Ja. Gut, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg nach Denikia. Das ist ja nicht allzu weit von hier. Ob ich da eine Sense kriege, weiß ich gar nicht. Glaube ich aber nicht. Aber erstens müssen wir mit Darko überdrehen. Und zweitens möchte ich den Kram da verkaufen. Den Denikia müsste ja... Am besten laufe ich hier quer durch die Pampa. Halt, wo sie Späre in der Hand. Wie viel Späre habe ich denn? Einen. Uh. Nicht gerade ungefährlich bei den Wildschweinen da. Ich werde mir noch schnell ein paar Späre bauen. Das muss leider sein. Der hechelt aber auch echt. Das ist das. Wegen bisschen Axt schwingen. Ich glaube extra haben wir auch zwei. Die eine hatten wir ja geklaut. So. So. Ah, für zwei Späre sollte es reichen. Äh, Crafting. Ja. Dann haben wir drei. Das sollte definitiv reichen. Falls wir uns verteidigen müssen. Das ist nur eine Sicherheitshalber. Jut, jut, jut. Denn bin ich noch in die richtige Richtung? Und, ja, es geht hier weiter. Ein Schlückchen trinken. Wir haben zwar den Wasserschlauch, aber den benutze ich denn, wenn man kein Wasser in der Nähe ist. Weil gerade Wasser da ist, kann man ja auch trinken. So, ich muss ein bisschen aufpassen, weil die hier halt gerne mal Wildschweine rumrennen. Das finde ich schon echt derz mit der Sense 600. Also wie sollen wir das denn so schnell zusammenkriegen? Man, ich schläft zwar gut Fleisch an unsere Jägerin, aber das ist ja so auch nicht viel wert, wenn ich die anderen Zutaten nicht habe, um das wirklich schlackhaft zuzubereiten. Wir sind schon im letzten Sommertag. Ah, das meine ich nicht. Genau das meine ich nämlich. Ah, gut, da gibt es halt noch ein bisschen Fleisch dazu. Ein bisschen Leder. So, ich glaube, ich habe auch gerade einen Speer kaputt gemacht. Bin ich ja. Sonst würde ich die Questanzeige da oben ja nicht haben. Ich bin noch auf dem rechten Weg. Juck, davon ist das Dorf. Hier rennen gerne Wildschweine rum. So, da, Gobert, mein Freund. Wo bist du? Da, Gobert. Ich flirte erstmal mit deinen Neuerkündigungen hier, ja? Das ist die Aruna. Zustimmung 50%. Warte mal, was kannst du denn überhaupt, meine Dame? Ah, Fisch fangen und sammeln. Okay, das wäre nicht verkehrt. Und die? Auch Fisch fangen, Diplomatie, jagen. Wir werden beide nicht verkehrt. Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter haben wir heute. Findest du nicht? Plus 10. Oh, geht ja gut los. So, äh, hast du noch einen Moment Zeit? Hast du irgendwelche Gerede gehört? Was für ein Tag. Ich habe fast unterbrochen gearbeitet. Ich nehme es mal. Minus 5, okay. Setz dich erledigt. Und sie? Die Bulimira? Sind wir ja schon auf 60%. Okay. Das ist ein Moment Zeit. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Plus 2, naja, das ist 0, ähm. Hast du denn nochmal einen Moment Zeit? Gekürzlich in die Jagd eingestiegen. Plus 5, sehr schön. Du musst noch eine Menge lernen. Ja? Hast du da noch mehr Zeit? Wie ist es dir denn in letzter Zeit ergangen? Plus 0. Ah, jetzt will sie nicht mehr. Ich komme hier echt nicht wirklich weiter, ne? Gut, rede ich erstmal mit Dagobert. Wo ist denn der Güte? Der im Haus? Sieht so aus. Hab mal den Speer weg. Ist unhöflich. Hallo Dagobert. So. Ich bin kein Fremder mehr. Hey Fremder. Was machst du auf meinem Land? Ich bin kein Fremder mehr. Ich bin Rackmir, Neffe von Lordan. Und ich bin vor einiger Zeit in dieses Tal gezogen. Nun, wenn du wirklich ein Lordans Neffe bist, kannst du nicht so schlecht sein. Gibt es dafür irgendeinen Beweis? Ein Beweis? Nun, meine Mutter erzählte mir, er habe eine Narbe auf der linken Wange und eine ungeschickte Art auf dem Rücken eines Pferdes auf- und abzusteigen. Etwas mit einer Kindheitsverletzung. Gut genug fürs Erste. Also was willst du? Ich wurde geschickt, um dich zu warnen. Wölfe versammeln sich südmesslich deines Hauses. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie neugierig oder hungrig werden. Du solltest ein paar Palisaden bauen und deine Familie bewaffnen. Es hat seit vielen, vielen Jahren keinen Wolfsangriff mehr gegeben. Zu viele Menschen leben jetzt hier. Die Wölfe ziehen sich in die Berge zurück. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie hierher kommen. Aber nicht unmöglich. Sambo sagt, er habe ein großes Rudel immer näher und näher kommen sehen. Oder? Bist du dir wirklich sicher? Du hast deine Frau und deine Töchter bei dir. Hast du nicht Angst, dass sie angegriffen werden könnten? Ja, also man sollte schon Angst um seine Familie haben. Das stimmt. In Ordnung. Ich werde es ernst annehmen. Aber ich habe keine Stämme mehr. Wenn du mir 40 davon besorgen kannst, dann baue ich dir die Palisade selbst. Das ist eine Menge Arbeit, Argument. Und meine Frau wird dich mit dem Besten verwöhnen, was unsere Küche zu bieten hat. Meine Axt gehört dir. Ist das deine Ernst? 40 Holz? Och ne. Gut, wird ja wohl sein. Alter, so, warte mal. Ich werde einmal kurz hier die Speisemäuche verschärbeln. Die zwei Leder kann er von mir jetzt auch haben. Ah, die Stöcker behalte ich mal. Aber hier, das Fleisch. Zack. Bin ich zumindest schon mal bei 248. Ähm, ich werde auch nicht mal alles an Fleisch mit Soße brauchen. Und im Herbst ist es eh weggegammelt. Daher werde ich da mal fünf Stück verkaufen. Durch mal 283. Ey, 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 ey. Das kriege ich nie im Leben zu sein. Das ist die Oda. Das ist die Kinga. Aber die kann man auch alle nicht. Nein. Wieso kam der keine Stämmel? Was liegt denn hier? Was liegt denn hier? Das ist mir ja einer. Gut, ich glaube, die Quest muss man jetzt nicht sofort fertig machen. Aber man kann ja schon mal anfangen, eben ein bisschen was zu bringen. Zumindest hier in der Nähe. Ich glaube, das kann man nach und nach ablegen. Na, willst du nicht? Äh, so. Sehr schön. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst ebenfalls mit. Nämlich das Bäumchen da noch. Ah, Stecker kommen auch raus. Gut. Das sind Sachen, die man verkaufen könnte. Da ist noch was. So, hat er hier... Ah, es sind Kiefern. Ah, hier sind Beeren. Sehr schön. Kann man vielleicht auch verkaufen. Unbereife Beeren. Aber vielleicht lassen die sich ja auch zu Geld machen. Muss ja irgendwie an Geld kommen. Weiß man ja nie. Das ist schon eine Menge. Das ist schon eine sehr große Menge. Vielleicht hätte ich keine Rocken anpflanzen sollen. Und ich habe mich gerade echt Angst, dass sie mir alle weggammeln. Das war schon ein Bären. Echt? Hier ist noch eine. So. Hallo, Dagobert. Ich bin leicht überladen, aber ich komme nochmal zu dir. Erstens habe ich Holz für dich. Zweitens Beeren. Ah, der ist anscheinend noch zu Hause. Das ist gut. Nö. Was ist er denn? Ah, hier. So, danke, Bären. Erstmal. Hier habe ich eine Holzscheite für dich. Danke dir. Ich werde auf den Rest fahren. Und das waren sechs. Dann zeige ich mir noch einmal deine Ware. Und zwar... Äh... Unreife Bären. 46. Naja, ist jetzt nicht viel, aber besser als nichts. So, dann bin ich schon bei 329. Und ansonsten... Ah, ich verkaufe die bei den Stöcker, weil da kommt eh noch jede Menge zu. Es sind immerhin 29 Münzen. So. Dann bin ich bei 358. Das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Ich meine, die Sense muss ich eh da im anderen Dorf kaufen, aber... Wenn ich schon mal hier bin... Und ich sollte mir echt angewöhnen, zumindest täglich einmal in eins der beiden Dörfer zu laufen. Um meine Mitarbeiter klar zu kriegen. Sonst komme ich hier nie weiter. Wenn hier Steine rumliegen sollten, werde ich zwischendurch noch mal ein paar Steinmesser machen, weil die bringen mehr Geld als der Rest hier. Oh, da liegen Federn. Stimmt, die Federn vergesse ich immer wieder. Alter, blöder Baum, Alter. So, einmal du. Hier müsste doch noch mindestens ein zweiter liegen. Feder. Feder. Federn zeichnen wir auch an, oder? Sind wahrscheinlich keine mehr da. Keine Ahnung, wo der andere Baumstamm geblieben ist. Aber irgendwie muss ich ja ein Geld kommen. Aber wie gesagt, die Quest hat, glaube ich, Zeit. Der andere Baumstamm ist echt weg. Wieso verschwinden die Bäume? Ein Boot. Ich habe echt das Gefühl, mein Spielstand ist kaputt. Dank der Updates. Ah, so schnell gebe ich nicht auf. Na, so bringt das doch nichts, wenn immer nur Einzelne da rauskommen. Und hier stehen auch nur Birken, ne? Echt nur Birken bei Ihnen. Gut, dann versuche ich das mit dem Baum noch mal. Ey, das kann dauern hier. Da würde ich aber auch erst sagen, das ganze Holz sammle ich offline. Und zeige es euch denn, wie ich das abgebe. Weil das ist ja nichts weiter, als die ganze Zeit nur Bäume klatschen. So, du kommst mit? Naja, zumindest ich hier mal zweifle. Oh, gut. Dann sammle ich jetzt noch ein paar Stocker auf. Verkaufe sie noch bei ihm, während ich die Baumstämme da abgebe. Das sind ja jetzt nicht allzu viele. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich jetzt hier anders großartig an Geld kommen soll. Steine sehe ich hier jetzt auch nicht. Gut, den Pilz könnte man noch verkaufen. So, du kommst mit. Du kommst mit. Ne, die kann man nicht aussammeln. Hier war doch gerade was. Ob ich es gerade nicht mehr sehe. Irgendwas war hier gerade. Naja. Da ist jedenfalls noch ein Pilz. Hier sind noch ein paar Bären. Hatte die doch eben alle gesammelt. Gut, dann nehme ich die Bären hier noch mit. Den Pilz auch. Den Stock ebenfalls. Aber damit kommen wir noch lange nicht auf die 600. Mit der Quest habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eilig. Weil da retten wir ja die Zeit nicht weg. Wir haben schon einen halben Tag wieder rum. Und ich muss das irgendwie vom Feld kriegen. Das schaffe ich nie im Leben. Ich kann mir selber aber auch keine Sense bauen. Das ist halt leider sehr, sehr schade. Gut, die Bären bringen genau wie das Holz eigentlich nur ein. Haben sie das irgendwie schwerer gemacht mit eines der letzten Updates? Kann das sein? Irgendwie war es mal leichter an Geld zu kommen. So, gut, hier dürfte ich noch mal einen ganzen Schwung Bären rauskriegen. So ist es nicht. Dünger, das hätte ich ja alles da zum Anpflanzen. Ich muss auch echt mal mal gucken, wo meine Felder sind. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Felder als ich dachte. Und ich weiß gar nicht, was da alles drauf ist. So, ich gehe erstmal nach Dagobert. Bin leicht überladen. Verkauf das Ganze. Gebe ihm das restliche Holz ab. Vier Holz habe ich einstecken. Gut, den hat er zumindest schon mal zehn. Und den Rest kümmern wir uns denn später. Ich muss an das Geld kommen, das wäre wichtiger. So, Dagobert, mein Freund. Bitteschön. Ich habe ja noch ein paar Holzscheide für dich. So, ja, zehn hat er jetzt. Und dann zeige ich mir noch einmal deine Ware. Hier, die vier Pilze kannst du haben. Von mir aus die 130 unreifen Bären. Da bin ich schon mal bei 496. Federn, naja, die will ich ja nicht ungern verkaufen. Oh je, die Stöcker kannst du haben. Kriege ich eh wieder null. Bin schon mal bei 562. Ja, wir nähern uns, wir nähern uns. Also das ist gar nicht mehr viel, was fehlt. Das ist echt nicht viel. Dann würde ich sagen, mache ich hier nochmal kurz einen Cut. Sammle schnell das Rest hier zusammen, damit wir ans Geld kommen. Ich brauche das nicht dringend. Die Zeit ist ja fast rum. Wir sehen uns ja gleich wieder, wenn ich es habe. So, ich habe hier noch ein paar Kleinigkeiten gesammelt. Ich hoffe, das reicht, um auf die 600 zu kommen. Und dann muss ich aber zusehen, dass ich ganz schnell ins andere Dorf komme, um die Sensi zu kaufen. So, erstmal gebe ich ihm das Holz ab, was ich nebenbei noch mit abgehauen habe. So, da hat er zumindest schon mal 17, aber darum dient es mir jetzt gar nicht. So, zeige ich mir deine Ware. Ich habe hier noch einen Pilz gefunden. Ähm, noch fünf unreife Beeren. Na, willst du jetzt mal? Danke. So, ich bin bei 569. Stöcke habe ich noch 22. Zack. Ich bin bei 591. Und ich konnte mir noch ein Steinmesser herstellen. Oh, ich habe... Zehn im Inventar habe ich die vergessen zu verkaufen. Okay, warte mal. Ich verkaufe mal neun Stück. Ich brauche ja nur eins. So, ich bin bei 690. Das Geld hätten wir. Die Quest mache ich dann später weiter. 1745 hat er ja schon. Ich muss nämlich zusehen, dass ich jetzt ganz schnell nach Rostovia komme, mir die Sense besorge, damit wir das Feld noch abgeerntet kriegen. Ich würde sagen, dann beende ich jetzt erstmal diese Folge. Ich laufe dann auch hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wie wir uns da die Sense kaufen und uns endlich ums Feld kümmern können. Du machst einen Abflug. Während ich um mein Leben renne, verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.